Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren, nicht unbedingt News Video, aber wir wollen uns heute ein GitHub Repo angucken, das sehr sehr interessant ist und zwar nennt sich das ganze Ding Crooked Style Shields, kurz CSS, denn es enthält eigentlich eine relativ interessante Technik, wie man Tracking auch komplett ohne JavaScript machen kann. Also viele Leute blocken ja JavaScript, weil eben die Gefahr besteht, dass man getrackt werden kann, also zum Beispiel welche Links klickt man an, wie lange hovert man über irgendwas, das bedeutet wie interessant sind diese Daten eben und welche Werbung können wir euch als nächstes zeigen. Das ist so ein bisschen der Trick hinter JavaScript und deswegen blockt man ja generell ganz gerne JavaScript. So, das Problem ist jetzt allerdings hier komplett nicht eine einzige Zeile JavaScript und es funktioniert trotzdem wunderbar. Der Trick dahinter sind CSS Style Sheets und das wollen wir uns gleich noch ein bisschen angucken. Zuerst nochmal hier, das könnt ihr lokal bei euch hosten, also einfach runterladen und bei euch hosten und dann habt ihr eben diese Website Tracking, also sieht nicht wirklich hübsch aus, ist aber wirklich funktional. Man kann jetzt hier zum Beispiel draufklicken auf Links, die mich auf foo.bar oder auf Google oder auf GitHub führen. Dann kann ich hier drüber hovern, also Achtung jetzt mal, ich hover Field 1 und 3, 2 und 4 sind nicht gehovert. Dann kann ich hier drüber hovern und es wird gezeigt, wie lange ich gehovert habe und dann kann man hier irgendwas eingeben, zum Beispiel Test kann ich hier eingeben und dann wird das Ganze grün anmarkiert. Klar, gut, diese Funktion kennen wir schon, aber das Interessante sind jetzt natürlich die Results dahinter. So, und jetzt sehen wir hier, am letzter Visit war hier, gut, das ist heute, 24. Januar, 18 Uhr, äh, das stimmt aber nicht, ah, 2018, okay. 15.50, ja, das passt, ähm, 15.51 bei mir, aber okay. Device Type Screen, das heißt, es weiß schon mal, ob ich auf einem Mobile Device bin oder nicht. Dann Google wurde nicht geklickt, okay. Foo.bar wurde geklickt, GitHub wurde nicht geklickt, Field 1 wurde gehovert, Field 2 wurde nicht gehovert, das ist eigentlich ein Fehler im Skript, da sollte vielleicht Null oder sowas stehen. Field 3 wurde gehovert und die exakte Uhrzeit in Sekunden hinten dran, sogar die Zeitverschiebung hinten dran. Dann Field 4 wurde wieder nicht gehovert. Das Duration Field wurde für 4 Sekunden gehovert und das ist schon einiges Test, was, äh, wurde eingegeben, sorry, äh, das ist gerade irgendwie. Und dann, was für einen Browser wir hier benutzen, also Achtung, ich habe wirklich kein JavaScript da drin, das ist ein Browser Chrome, das ist ja und, äh, Firefox Edge wurden nicht, ähm, ja, sind sozusagen nicht drin gewesen. Äh, Auflösung von meinem Browser, das ist, äh, auch korrekt hier, beziehungsweise Auflösung von meinem Browser ist nicht korrekt, aber die Auflösung von meinem Bildschirm ist auch korrekt. Und das ist schon ziemlich erschreckend, ähm, wie das Ganze gemacht wurde, ist sehr, sehr interessant und zwar, wir haben hier eigentlich eine super Erklärung auch dabei, GitHub Repo natürlich in der Beschreibung, ähm, auch hier Props an den Kerl, der das Ganze geschrieben hat. Und zwar hier einfach über Link Active, das heißt, äh, aktive Links, naja, gut, wenn wir hier einfach aktive Links angeben, dann kann man hier einfach als Content die URL angeben und das ist dann, naja, unser Tracking Script, das ist die PHP Datei, die uns checken soll, mit der Aktion Link 2 wurde geklickt. Das heißt, wenn wir auf Link 2 klicken, dann, äh, passiert das sofort und das ist eben dadurch möglich, dass hier zum Beispiel die Ressource erst geladen wird, wenn sie auch wirklich geklickt wird. Ähm, wir können uns auch gerne mal hier noch die Track.php angucken, die ist sowieso die interessanteste, logischerweise, denn die bindet ja sozusagen die CSS ein, beziehungsweise eigentlich ist die Track nicht mal die interessanteste, die ist sozusagen fürs Tracking verantwortlich, eigentlich sind die CSS interessanter. Und, ähm, ja, sehen wir hier, Main.css ist einfach nur dieses Import Screen CSS und die Screen CSS sieht dann folgendermaßen aus, das heißt, wenn wir hier eben was eingeben, dann gehen wir hier auch über Content URL, gehen wir die Track.php wieder mal an und sagen hier Action Screen Start, dann Link 1 wurde geklickt, ähm, gut, das Hovern hat scheinbar nicht richtig funktioniert, Link 2 wurde geklickt, Link 3 wurde geklickt. Hier unten über, äh, Keyframes wurde Pulsate aufgerufen, also, äh, das sind Keyframes sozusagen nach 0 Sekunden, beziehungsweise nach 2 Sekunden, nach 4 Sekunden, nach 6, 8 oder 10 Sekunden, können wir hier sozusagen, ähm, in Prozent angeben, wie viel dieses, ähm, diese Keyframes sozusagen da sind. Und, ähm, das geben wir natürlich einfach direkt weiter an unsere Tracking.php Datei und das ist schon echt heftig, ähm, dadurch hat man sozusagen definiert, okay, nach so und, oder so und so viel Prozent sind so und so viel Sekunden, was ich dann hier unten bei Hover einfach benutzen kann, das heißt, ich kann hier einfach diese Keyframes wieder aufrufen, die ich Pulsate, äh, getauft habe von mir aus und, ähm, dann halt hier, ähm, das Ganze weiterleiten und dadurch bekommt dann eben unsere Tracking-Seite sozusagen die ganzen Informationen. Hier natürlich mit Hover genau dasselbe, da einfach Content-URL eingeben und schon ist das Ganze bei unserer Tracking-Seite gelandet, ohne auch nur ein einziges Mal irgendwas mit JavaScript aufzurufen. Ja, ähm, ihr könnt ja ganz gerne natürlich noch ein bisschen genauer durchlesen, hier auch über die Add-Support-Varianten hier natürlich rausgegeben, okay, wir haben dann, äh, entweder einen Browser Chrome, wir haben einen Browser Firefox oder wir haben einen Browser Edge, also je nachdem, was man eben hier benutzt hat sozusagen, ähm, beziehungsweise was supported wird, hat man natürlich auch sofort, welcher Browser ist es eigentlich, ähm, und da hilft nicht mal den, ähm, wie heißt der, äh, den User Agent zu ändern, denn was supported wird, ist natürlich deutlich genauer, als was eigentlich, ähm, was angegeben wird. Also ich meine, ich kann jederzeit angeben, hey, ich benutze Firefox, kann ich jederzeit an die Website schicken, es gibt zahlreiche Add-Ons, die das Ganze für mich angeben, aber trotzdem supportet mein Browser alles, was ich im Endeffekt in meinem Browser wirklich drin habe an Funktionalität und deswegen wird hier trotz, ich habe übrigens gerade tatsächlich so ein Add-On laufen, das hier den Browser verschleiern soll, das heißt theoretisch benutze ich gerade, ich gucke ganz kurz nach, einen Firefox und trotzdem wurde mir hier Chrome angezeigt, das heißt, das hebelt das Add-On komplett aus und, ähm, ja, heftige Sache hier muss ich sagen, ähm, hier muss man wirklich vorsichtig sein, hier natürlich, wenn wir hier irgendwas valid haben, Text-Input, hier eine Checkbox, checkt, einfach Content-URL wieder benutzt, auch genau gleich, hier natürlich genau gleich, also im Endeffekt ist es dieses Content-URL, was ganz, ganz furchtbar ist und dieses, ähm, hier Add-Support logischerweise auch, ja, ähm, das soll mal eine ganz grobe, naja, ein Anreiz geben, dass man sich nicht allein auf JavaScript-Blocker verlassen kann, um heutzutage nicht mehr getrackt zu werden, auch wenn das schon mal der erste Schritt zur Besserung ist, scheinbar kann man mittlerweile auch über CSS, äh, sehr, sehr massiv getrackt werden. Und das war's erstmal von meiner Seite wieder, ich hoffe, ihr seid genauso erschüttert darüber wie ich und man sollte das definitiv ändern, meiner Meinung nach, aber gut, wir hören uns wieder, bis dann, ciao!